moin moin liebe leute herzlich willkommen zurück hier zu the front alles klar naja jetzt haben wir doch schon 1000 kautschuk wow wahnsinn ok gut dann werde ich jetzt einfach noch mal munition hier herstellen und zwar das brauchen wir schwarzpulver tona warte mal haben wir noch irgendwie tona hier nicht mehr so viel ich habe doch irgendwo meine holz reingepackt gehabt doch habe ich nicht im massen ich habe keine massen an holz geholt ok lasst mich mal kurz hier rausgeben massen an holz zu naja massenwerken unbedingt aber dass der eine ruf einfach mal wieder weiterläuft so wenn wir mal ein bisschen wir wollen die ganz gerne noch mal ein bisschen auf erkundung gehen dass wir da ein bisschen mal draußen die welt noch ein bisschen sehen die haben wir ja in letzter zeit dort habe ich eigentlich nicht wirklich gemacht naja so ist das schöne leben machen wir mal hier weitere kopfverpackung und dann weitere bleibaren genau bekommen bekommen wir unseren tona hier raus haben wir hier mal ein bisschen machen wir hier nochmal ok könnte besser sein 127 schuss lassen wir das kurz mal durch sausen hast keine ahnung machen wir mal so ok das habe ich eigentlich habe ich da oder doch da habe ich taschenmord schon drinnen da habe ich nichts drüber ja gut da war jetzt nichts mehr zu machen da geht es ab 35 mittel stark hat länger ok gut ein bisschen platz habe ich ja genau überlegen ob ich nicht den panzer mitnehmen da hinten oder in den panzer werde ich einmal selber bauen müssen ja wir brauchen genau so jetzt muss man hier rein ich nehme mal meinen transporter mit genau und dann werden wir mal da hinten drum diesen das problem ist halt immer wieder die mpcs also da hinten oder panzer ist müsste ich halt wieder die ein oder andere noch mal wegballern damit ich dann da vorbeikommen oder ich fahre einfach dran vorbei das geht eigentlich auch ganz gut und dann einfach mal gucken was wir so finden ja ich glaube aber guck mal hier sind panzer da ist der kaputte panzer da sind ja zwei panzer aufeinander dann kann es sein dass bei jedem einlocken da neuer panzersport wäre ein bisschen fehle hier oder mal jetzt hätte ich vier panzer im grunde genommen du lebst doch cool so fahren wir lang wir sind jetzt hier fahren wir einfach mal hier runter da kommen wir mal da haben wir noch was zum einsammeln eine tonne ok wo wir noch mal eisen kommt packen noch mal ja wohl da ist noch mehr eisen noch mal so reisen klümpchen dahinter noch einer versteckt oh mein gott mal schauen was wir hier so alles überhaupt entdecken da ist noch mal ganz viel eisen oh ja dann warte mal das nehme ich auch noch mit was wir denn so ganz viel eisen habe komme ich auch gut weiter oh ja hier ist eine menge eisen was ist das hier strauch ein kleiner strauch lala lala da ist noch ein eisenbrocken das sieht mir aus wie so eine base in der kreis klippe gebaut schon mal wir haben ja ein bisschen munition ja mitgebracht da ist auch noch ein häuschen und wer versteckt sich da ein leidender der leidet nicht mehr talent bücher schön ich rufle in die hand falls da nämlich noch einer kommt um die ecke eine große geräte box ja die spike falle den immer mit und was haben wir da als der crop na gut na gut na gut aber das da oder es ist eine komische klippen formation aber es sieht aus wir gucken mal da hinten sieht es nach einer base aus auf jeden fall und einer großen base aber anscheinend so steigen wir mal hier aus weiß jetzt nicht ob ich da ein loch gesehen hatte oder nicht das ist doch immer was doch da ist ein loch na also mal da reingucken Oh, nur ein Durchgang. Hm. Nur ein Durchgang anscheinend. Da ist eine große Base hier. Okay. Der Durchgang ist hier vielleicht, damit man nicht durch die große Base da muss. So, was essen und was trinken, das wäre nicht schlecht. Macht hungrig. So ein Ausflug macht hungrig. So, trinken. Und 20 Sekunden, 20 Durstpunkte. Na, dann kannst du gleich nochmal einen Schluck trinken. Und gleich nochmal einen Schluck trinken. Genau. So, fahren wir mal hier runter. Schauen wir mal, was es hier hat. Na ja, guck mal. Das bringt mich direkt in die Base von denen rein. Ah, weißt du? Boah. Das sind scharfe Geschütze, glaube ich. Boah, wieviel hält denn der aus? Oh, jo. Oh, jo. Äh. Okay. ja da muss ich später wohl mit gefährlicheren waffen reihen das hat sich ja wohl voll erledigt das ganze mal knicken da kriegt mir keine zehn fälle rein ok schön schön wir fahren wir weiter ok haben wir vielleicht noch etwas anderes interessantes warte mal hier ist ein baumstumpfer naja da ist ja noch so ein fieses ding alles klar ach du heiliger strohsack ach du heiliger strohsack ja gut dann fahr ich glaube ich mal wieder zurück ich glaube da muss ich dann so einen panzer reinfahren und aber danke oder von oben im helikopter also merkt schon so bergauf kämpfte waren hier ein bisschen also die großen dinger da muss ich noch einiges tun gut die npcs oder mps oder war wort man die auch nennen mag die feindlichen monster sind auch eigentlich nur insoweit wichtig wegen den talent büchern muss ich ganz ehrlich sagen am meisten spaß machen wir tatsächlich die monster fällen mir persönlich machen die halt am meisten spaß da gibt es natürlich auch unterschiede gibt leute die mündlich sind gerne auf die harte tour oder pvp sogar hier drin sicher nicht ja ja guck mal der ganze eisen hier wieder neu gespawand so schnell geht er nur naja gut erfahren wir mal hier hoch ja da sind die auch warte mal habe ich zu gehören gesehen ich hoffe ja eigentlich immer noch offener saaten das ist weiß das brauche ich immer dann habe ich zu hause zu genüge hilfe würde ich gerne mal haben hilfe aber ich habe auch so kein klassischer mal muss jetzt hilfe geben könnte schauen wenn ich finde empfinde ich bin nicht der neilten nicht wo geht es dahin zu einer kirche zu einer kirche da sind auf jeden fall mal ein paar typen vielleicht hätte ich mal nachladen soll kommst du heute noch hoch oder auf morgen warten wo läufst du eigentlich hin da haben wir noch ein da haben wir ein boah sauber getroffen der war schon echt cool okay den krieg ich nicht sauber weg diese bösewichte die kriege dieses mal okay warum mal gucken dass wir die sache noch einsammeln das wäre ja mal nicht schlecht vielleicht hat ja auch einer von denen vielleicht mal irgendwann so ein hilfestück mit bei sich oder so ein gepanzerter melone okay den würde ich gerne weg haben bevor der zu mir kommt schön dass du so langsam bist du hast es gechillt da kam aber angeflitzt hast du wohl einer der waffel er ist gechillt und dann plötzlich von meiner nase kriege ich nicht nur kann durch den zaun nicht schießen scheint um entschuldigung jetzt aber ich 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 hier drinnen ich habe das überhaupt nicht bekommen er gar nicht bekommen wir da draußen so am ballern wenn wir kollegen hier ein umbringen noch einer da rechts aber auch auf die fahrer welche die sind dumm wie stroh ja gut das brauche ich nicht ausgenüchtert hier karotten talent box mit talent büchern versteckst du dich denn da noch mehr talent bücher nichts darum für auch noch einer das habe die okay das war die kirche da haben wir die mal überrannt das war die kirche danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss